Drohnenfreunde und R2S-Flieger aufgepasst, ich habe so heiße News für dich von DJI auf der Facebook-Seite. Schau mal hier. Und das ist so heiß, dass ich noch nicht mal Zeit hatte, meinen 3D-Drucker auszumachen. Das ist nämlich der Lärm, den du hier gerade hörst. Was sagt das Facebook-Posting? Ganz einfach. Die DJI R2S wird voraussichtlich Ende Januar 2024 nachzertifiziert. Und das bedeutet, sie hat den gleichen Stand wie die R3. Yay! Das könnte ein fetter, fetter Grund sein zu feiern und eventuell vielleicht jetzt noch zuzuschlagen oder die R2S nicht zu verkaufen. Also, ich würde einfach sagen, schreib mal in die Kommentare rein, was du zu der News hältst. Und in dem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und stay tuned! Vielen Dank fürs Zuschauen!